Willkommen am Rhein. Wir haben mal wieder unsere Angeln ausgeworfen und warten jetzt auf Zander oder Aal. Obwohl Aal hat ja jetzt eigentlich schon Zeit. Im Hintergrund hört ihr Pascal und Boris und Jenny und Michaela und Denise sind auch mit dabei und ein kleiner Versprecher am Abend. Michaela ist unterm Stein Heiko, die guckt da so durch. Wo ist sie denn? Ne lieber nicht. So und wir warten jetzt auf den Aal oder auf den Zander, je nachdem. Wir haben jeweils eine Angel mit Wurm und eine Angel mit Grundl. Jetzt wird erstmal abgewartet und ja, wenn was besonderes ist, dann melden wir uns wieder.